Die 74. Berlinale hat diese Woche begonnen. Die diesjährige Vielfalt der Filmauswahl wurde von Filmkritikern und der internationalen Jury gelobt. Geleitet wird die Jury in diesem Jahr von der preisgekrönten Schauspielerin Lupita Nyong'o. 20 Filmproduktionen konkurrieren auch dieses Jahr wieder um den Goldenen Bären. Für Carlo Chatrian und Mariette Rissenbeek ist dies allerdings das letzte Jahr als Leiter des Festivals. Sie treten beide nach fünf Jahren zurück. Fans haben bereits Stunden vor der Weltpremiere des irischen Dramas Small Things Like These am Eröffnungsabend gewartet. Auch dieses Jahr war der rote Teppich bereits Schauplatz von drei Protesten, darunter Proteste gegen Rassismus und die AfD. Dies könnte eine der politischsten Berlineren seit Jahrzehnten sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017